willkommen zurück auf den kanal gamer gemisst mit einem neuen video über splitgate es ist kein richtiges splitgate video aber es geht über splitgate oder es geht um splitgate besser gesagt viele leute haben sich bei mir auch teilweise nicht beschwert aber haben in den kommentaren geschrieben dass die nicht reinkommen in das spiel oder das ist ja 25 cent kostet statt free to play dazu sage ich jetzt mal ganz kurz 25 cent liegt daran also das spiel ist tatsächlich nicht mal ab 18 das spiel ist angeblich ab 16 ich weiß auch nicht warum es dann 25 cent kostet weil normalerweise sind die 25 cent dafür da das spiel ab 18 damit quasi die altersbeschränkung gesichert ist bedeutet also leute die 25 cent ausgeben müssen halt natürlich auch quasi geld aufladen und somit ist man dann quasi 18 das ist halt diese deutsche altersfreigabensicherung ihr wisst was ich meine hoffe ich da das spiel ab 16 ist und nicht ab 18 vielleicht wurde es auch schon geändert ich habe keine ahnung ich wüsste nicht warum es ab 18 sein sollte dann weiß ich auch nicht warum es dann die 25 cent kostet vielleicht ist das ja mittlerweile bei spiel ab 16 ja auch schon so keine ahnung aber hier will ich auch mal ganz kurz sagen spiele die 25 cent kosten sind auch automatisch free to play also wer keine 25 cent hat sich ein spiel zu holen dem ist auch nicht mehr zu helfen bin ich ganz ehrlich sorry aber das ist halt einfach so ja man kann ich alles der nase nach hingeschmissen bekommen und das ist ja nur mal hingeschmissen bekommen das ist free to play kann man anders also nicht betiteln ihr seht jetzt auch gerade schon im hintergrund worum es eigentlich geht man kommt halt nicht rein das liegt daran dass die server voll sind split gate hat den release vom 27 juli auf eventuell mitte august verschoben oder vielleicht sogar anfang august irgendwann ich weiß es tatsächlich nicht auf jeden fall diesen monat kommt das spiel raus vielleicht sogar auch erst ende august bedeutet also ihr müsst mit diesem screen so lange zu kämpfen haben das spiel kommt erst noch richtig raus und das liegt daran dass sie einen sponsor gefunden haben der ihnen zehn millionen glaube ich us-dollar gibt oder also auf jeden fall richtig viel geld um server aufzustocken vielleicht sogar neue mitarbeiter ich habe keine ahnung aber es geht primär um die server aufstockung und das ist ja auch schon mal ein positiver aspekt dass die leute dann sagen jo wir arbeiten daran wir haben einen sponsor das spiel wird auf jeden fall released nächsten monat wir wollen aber das spiel nicht releasen und man kommt halt nicht rein weil dann wäre die erste season die rauskommt weil wenn das spiel released wird kommt gleichzeitig die erste season die wollen sie natürlich nicht verkacken die wollen natürlich nicht den zorn der spieler auf sich haben was auch vollkommen verständlich ist das spiel ist sehr sehr jung klar es war schon mal draußen unter einem anderen namen und zwar splitgate arena warfare ich finde es gut dass es nur splitgate heißt ist kurz knackig kann man sich besser merken und hat nicht dieses ja doppelpunkt arena warfare das braucht man auch nicht was splitgate ist ein cooler eigenständiger name ohne einen unteren namen ihr wisst was ich meine und ja das ist der grund warum ihr nicht reinkommt sie arbeiten zwar dran aber man kann nicht erwarten dass die ein spiel releasen und dann auf einmal sind die server voll und die sagen dann dazu nichts ich finde das gut so wie sie es jetzt machen dass sie sagen wir haben zwar server ihr könnt auch rein aber es kommt halt darauf an wie voll der server ist ihr könnt zwar dann eventuell spielen aber ja und ich habe schon von vielen leuten gelesen dass sie nur unter übung rein können ihr könnt auch custom games einfach machen also ne ihr könnt halt auch einfach sagen statt normal also wenn ihr auf spielen klickt könnt ihr auch auf custom games daneben mit r2 drücken ich glaube das war r2 und dann könnt ihr auch ganz einfach gegen andere gegen eure freunde oder gegen bots einfach spielen um ein bisschen wenigstens das spielgefühl zu haben ich glaube ihr könnt da sogar auch leveln bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher aber ich glaube schon weil die server halt nicht funktionieren gerade richtig auf jeden fall könnt ihr spielen wenn ihr reinkommt so viel sei gesagt und ja das ist auch eigentlich alles was ich sagen wollte weil viele immer noch mit sehr sehr viel verwirrung kommen heute kommt eventuell noch ein video weiß ich aber noch nicht weil youtube mark ist halt nicht so wenn man halt mehrere videos droppt an einem tag deswegen muss ich gucken ob heute noch eins kommt eventuell kommt aber heute noch ein stream und zwar werden wir wieder dbd stream ich weiß ich streame letzter zeit sehr viel dbd aber heute ist der letzte tag glaube ich der letzte tag für die blutpunkte für die doppelten und da will ich auf jeden fall noch mit dabei sein deswegen seid gespannt auf ende august oder so wann die erste season auch kommt da ab da wird dann auch wieder regelmäßig splitgate content kommen ich will auch noch mal hier kurz an der stelle sagen dass splitgate jetzt ein festes format auf dem kanal bleibt weil ich habe gemerkt splitgate kommt sehr gut an und splitgate ist auch ein gutes spiel was mir auch sehr viel spaß macht deswegen will ich das auf einem kanal weiterhin betreiben und da ich jetzt eine umfrage gestellt habe ob der gaming content vielleicht zu kurz kommt haben viele gesagt ja der gaming konnte kommt zu kurz sie wollen mehr gaming content deswegen werde ich jetzt nicht jede woche 50 videos machen gefühlt oder so wie damals halt super super viele ich glaube 45 videos waren es damals also wirklich ganz damals in der woche und das wird auf jeden fall nicht wieder kommen dafür habe ich auch gar nicht die zeit und auch nicht die lust aber es wird auf jeden fall wieder ein bisschen mehr gaming kommen und als festes format dann nur amas da bleiben erst mal und dann mal schauen was dann noch so kommt gut das wollte ich jetzt einfach mal so sagen wir sehen uns dann zum nächsten video ich möchte das noch nicht unnötig auf acht minuten strecken auch drin bis dann und ciao